Heute geht es mal nicht um das Suchen, sondern um das Finden, denn auf der Fährte verteilt der Fährtenleger verschiedene Gegenstände. Einen davon seht ihr hier. Sobald der Hund solch einen Gegenstand erreicht, muss er dem Hundeführer anzeigen, dass er ihn gefunden hat. Und das macht er, indem er sich davor hinlegt, hinsetzt oder stehen bleibt. Im Fachchinesisch heißt das, der Hund verweist einen Gegenstand. Aber hier zunächst die Daten zu meiner Person, damit ihr wisst, wer hier zu euch redet. Ich bin Ute Falscher, trainiere seit über 20 Jahren Pferdenhunde, nehme aktiv teil an regionalen und überregionalen Prüfungen. Hier ist meine Webseite und ich habe das Trainingsbuch Pferdenarbeit geschrieben. Dort könnt ihr alles Wichtige zum Pferdentraining, zum Aufbau des Trainings, zu Korrekturvorschlägen, wenn der Hund sich nicht so verhält, wie er soll. Das könnt ihr dort alles nachlesen. Jetzt aber zum Training. Zunächst zeige ich euch, wie ein korrektes Verweisen oder durch hinlegen aussehen kann. Der Hund soll laut Prüfungsordnung überzeugend verweisen und sich gerade hinlegen. Überzeugend ist natürlich interpretierbar. In den meisten Fällen heißt das, er soll sich schnell hinlegen und den Körper nicht mehr bewegen. Für die meisten Leistungsrichter ist es okay, wenn er den Kopf noch bewegt. Für manche allerdings inzwischen leider auch nicht mehr. Also hinlegen, gerade, schnell. Wie bringe ich das meinem Hund jetzt am besten bei? Dazu müsst ihr selbst eine genaue Vorstellung von dem haben, was ihr eurem Hund beibringen wollt. Deshalb hier mal ein Beispiel in Zeitlupe. Der Hund erreicht den Gegenstand mit der Nase. Genau in diesem Augenblick seid ihr mit eurer Hand in dem Futter ist, aber versteckt direkt am Gegenstand und macht eurem Hund klar, dass er sich jetzt hinlegen, hinsetzen oder hin stehen soll. Sobald der Hund die gewünschte Position eingenommen hat, öffnet ihr die Hand und er bekommt das Futter. Wie ihr eurem Hund das gewünschte Verhalten beibringt, ist ganz von eurer sonstigen Ausbildungsmethode abhängig. Ihr könnt dazu dem Hund ein Hörzeichen geben, dem Hund durch Gesten zeigen, was er tun soll oder auch klickern. Ganz wie der Hund es gewöhnt ist, neue Dinge zu lernen. Ihr gebt eurem Hund auf dem Gegenstand weitere Leckerli. Legt in den ersten Schritt nach dem Gegenstand vom Hund möglichst unbemerkt ein Leckerli, damit der Hund beim Wiederansatz nicht vorwärts stürmt. Richtet euch ganz langsam auf. Der Hund soll liegen, sitzen oder stehen bleiben. Nehmt die Leine in die Hand, aber bitte darauf achten, dass im Gegensatz zu dem Beispiel, das ihr gerade seht, die Leine sollte nicht straff sein, damit der Hund nicht unbeabsichtigt den Impuls bekommt aufzustehen. Dann stellt ihr euch neben den Hund, gebt ein freundliches Suchkommando, eventuell durch eine Geste unterstützt und dann sucht ihr weiter. Soweit kurz die Theorie. Die Schwierigkeiten ergeben sich im Training. Deshalb zeige ich euch die unterschiedlichsten Trainingssituationen und was der Hund oder der Hundeführer verbessern könnte. Dieser Irish Terrier ist sehr jung und noch sehr impulsiv. Es ist der erste Versuch ihm das Verweisen beizubringen. Deshalb laufe ich hinten an der Leine und der Hund. Die Hundeführerin läuft neben dem Hund und zeigt dem Hund durch Futter, dass er sich hinlegen soll. Damit er gerade liegt, steht sie über ihm, was aber offensichtlich dem Hund nicht so arg gefällt. Er wird unruhig dabei. Sie versucht ihn unten zu halten, geht dann auf die linke Seite hinüber. Der Hund bleibt liegen. Sie achtet darauf, dass er liegen bleibt. Der Hund bleibt einige Sekunden ruhig liegen und dann bekommt er das Hörzeichen Such und sucht weiter. Bei den nächsten Gegenständen lassen wir das mit dem Trüberstehen weg, damit der Hund ruhiger liegen bleibt. Hier ein junger Labrador, der im Sitzen verweisen soll, da er im Platz sehr sehr unruhig ist und sich auch kaum auf einen nassen Untergrund legt. Deshalb soll er durch sitzen verweisen. In dem Moment, in dem er den Gegenstand erreicht, sollte die Hand mit dem Futter schon am Gegenstand sein. Hier etwas zu spät, aber der Hund bleibt hier zum Glück schon stehen von sich aus. Mit Hilfe des Futters bringt die Hundeführerin ihn in eine schnelle Sitzposition. Legt noch schnell Futter in den nächsten Tritt, damit der Hund nicht vorwärts stürmt, wenn es weiter geht und dann geht es weiter. Man sieht hier schon, dass der Hund sehr sehr auf die Hand fixiert ist, weil es daraus das Futter gibt und insgesamt ist der Verweisvorgang zu schnell, zu hektisch. Also mehr Zeit lassen und Ruhe in den Verweisvorgang hinein bringen. Der gleiche Hund jetzt allerdings Monate später und hier zeigt sich ein großes Problem, was er inzwischen hat. Der Hund geht sehr stark nach der Hand. Er dreht sich und wird sehr unruhig am Gegenstand. Hier muss im weiteren Training darauf geachtet werden, dass der Hund von der Hand des Hundeführers wieder entwöhnt wird, seine Aufmerksamkeit auf den Gegenstand richtet. Das heißt, er wird nur auf dem Gegenstand mit Futter belohnt. Hier zeigt der Schäferhund ein relativ häufiges Verhalten, häufig auch noch wesentlich ausgeprägter. Das Hinterteil weicht nach links hinten aus, er liegt also schräg. Vermutlich, weil er den Hundeführer auf seiner rechten Seite erwartet. Deshalb geht der Hundeführer gleich links nach vorne. Es könnte auch sein, dass der Hund der Leine ausweicht, wenn er sich hinlegt, denn die Leine verläuft rechts von den Hinterbeinen. Es stellt sich im weiteren Training heraus, dass, wenn wir die Leine zwischen den Hinterbeinen nach hinten führen, der Hund gerade verweist. Dieses Verweisen geschieht zu langsam. Beim nächsten Mal mit der Hand wieder am Gegenstand, dann wird es vermutlich schneller gehen. Diesen Gegenstand überläuft der Hund zunächst, ohne dass die Hundeführerin reagiert. Sie holt den Hund zurück vor den Gegenstand und veranlasst ihn dann zu verweisen. Der Hund lernt hier natürlich nicht einen schnellen, optimalen Bewegungsablauf. Merkt euch daher bitte genau die Lage des Gegenstandes. Das war's erstmal. Eine Fortsetzung folgt mit weiteren Beispielen, denn das Verweisen ist ein sehr komplizierter Vorgang und schwer für den Hund zu lernen. Zumindest für die meisten. Nochmal ganz kurz das Wichtigste. Bringt eurem Hund das Verweisen rechtzeitig bei, also sobald er ein zuverlässiges Suchverhalten zeigt. Lasst euren Hund nicht unsicher am Gegenstand stehen, zögernd, sondern zeigt ihm oder sagt ihm, was er zu tun hat, sodass er von Anfang an den korrekten Bewegungsablauf lernt. Und bitte merkt euch genau, wo die Gegenstände liegen. Bis zum nächsten Mal, eure Ute. So und jetzt seid ihr gefragt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like oder abonniert meinen Kanal. Wenn nicht, dann schreibt auch, was euch nicht gefallen hat und wenn ihr thematische Anregungen habt, dann lasst es mich bitte wissen. Und dann ist es, was ihr habt, dann geht es euch mal. Und 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 dann geht es euch mal. Vielen Dank.